Musik Terminplaner Erzgebirge Der Verein Königlich-Sächsische Antonshütte lädt für den 1. Mai schon das dritte Jahr in Folge zu einer Wanderung entlang der Antonstaler Grabentour von der Antonshütte bis zum Hüttenwehr ein. Treff ist 10 Uhr vor der Königlich-Sächsischen Antonshütte an der Jägerhäuser Straße 8. Mit Blaulicht gekennzeichnete Helfer und Retter in der Not präsentieren sich am 4. Mai im Kiez am Filsteich. Beim Blaulicht-Familientag informieren sie auf unterhaltsame und anschauliche Art und Weise über ihre für die Gesellschaft so wichtige Arbeit. Die Stadt Schwarzenberg nimmt den Tag der Städtebauförderung zum Anlass, am 4. Mai ins Stadtteilbüro Heide-Rockelmann am Lindengarten 2 einzuladen. Zu sehen gibt es eine Fotoausstellung Vorher-Nachher zum Wohngebiet. Geöffnet ist von 10 bis 12 Uhr. Musik Musik Musik